Hallo! Hallo ihr Lieben! Heute wollen wir euch zeigen, wie man will. Das ist ein Schlehmobil für Hochbeck. Das sind Matratzen. Hier unten sind auch noch eine Betalte und eine Matratze. Vorne ist eine Rutsche und hinten ist eine Leiter. Das ist noch ein Bett. Das ist unser Haus. Und was ist das? Das ist Matratzen. Und jetzt wollen wir euch zeigen, wie man eine Etage für dieses Haus hat. Das Haus, das haben wir geknickt. Da haben wir so eine Pappe genommen und dann eben geknickt. Und dann haben wir eben da eine Etage reingebaut, die gleich war. Und nun zeigen wir euch, wie man noch eine Etage reinbaut. Zuerst tun wir die Sachen beiseite rollen, die wir brauchen, damit wir ein Arbeitsplatz haben. So. Und nehmen wir das. Damit wir auch wissen, wie hoch wir das bauen wollen, tue ich noch eine Figur reinstellen, damit wir dann auch sehen, wie hoch wir das brauchen. Und dann gucken wir hier, wo wir auch brauchen, dass die Figur noch drin stehen kann. Ja, sonst können wir nicht. Machen wir doch nicht die Tür. So, und hier müssen wir auch abbrechen. Hier. 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 Hier aber. So. Und nun haben wir uns das angezogen. Machen wir noch ein längere. Und dann? Also man kann das mit einer Schere machen. Nur bei uns ist die Pappe eben zu dick. Zu dick. Und dann nehmen wir das Karte und eine Unterlage. Bei uns ist es ein Kret. Ein Kret, ja genau. Und nehmen Kret an Bistos. Kret an Bistos. Auch schön bei der Linie. Wir nehmen wir das auf und wir durchschneiden. Das ist gleich. Wir machen das. Wir schneiden jetzt durch. Das kann er. Das ist auch hell. So, das geht durch. Kannst du noch mal für andere Pfeffer. Das ist heiß. Und dann nehmen wir das Klebeband. Und dann nehmen wir das Klebeband. Wir machen das jetzt mal. Und dann kommen wir das mal. Und dann kommen wir das mal. Du kannst es ja auch aufschieben und klemmen. Du kannst es auch umdrehen. Kannst du es ja auch umdrehen? Dann können wir es jetzt noch von oben hoch. Ah, warte. Jetzt klemmt das jetzt mit uns doch. Helpen. Das ist heiß. Nicht, dass es noch raus wird. So. Schöre? 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 Nehmen wir die Klippern, wir tun es abzuschneiden, es geht auch schwer. Schöre? 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 Ich meine, wie passiert das nicht so was? Also, ich schneide. So, mal. Das lebt sich. Andauernd. Ups, steht durch. Jetzt haben wir ein Stück. Okay, mir ist wurscht, weil es jetzt hält nicht. Und dann auf der anderen Seite. Halt mal, Laura. Jetzt tun wir noch das letzte. Und straff halten. So, noch das letzte reinkleben. Jetzt. Komm, jetzt. Aber noch eins, oder? Das freu ich. So, völlig stabil. Komm, Laura, und jetzt schauen wir an mit Spielen. So, du nimmst den Papa. Und du bist das Kind. Kind, aufstehen. Wir räumen das Haus ein. Guck mal, wir haben eine neue Etage bekommen. Ich bin in den Stuhl. Der kommt runter und dein Bett hoch. Tschüss. Wir spielen jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal.